Oh ne, die eine Minute ausloggen lohnt sich nicht. Oh, es ist dasselbe Team. Ne, Desert. Oh, Great Eggs. Heavy Great Eggs. Alter Vater. Oh, der wird sich schön selbst heilen. Das ist cool. Alter Vater. Heavy. Und der Arcane ist wieder dabei. Also Pole Hammer und Fire Stuff Main Targets. Anuit, go, go. Center, alle hoch. Oh, warte, ich hab was vergessen. Konzentratione. Ja, die tappen mir erstmals aus. Die gehen trotzdem schon mal hoch. Nicht gleich Mods und Tavos. Alles ist kaputt. Und schon verteilen. Bottom getappt. Ruhig dort, ruhig dort und rein da und rein da und rein da und Target. Und Target und Target. Oh, Carsten, pass auf, pass auf, pass auf. Wir kommen gerade nicht durch. Immer bis zum Limit. Und hochhotten. Und hochheilen. Nicht, nicht übertreiben, Jungs. Nicht übertreiben. Hotten. Auf die Firewall unbedingt aufpassen, Carsten. Was war da dahinter? Instant wieder zurückkommen, ja. Go, go. Go, go. Gib mir ein Target. Hier machen wir ein bisschen Damage anbauend nach Kahn. Frenz, 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 Frenz. Die Axt, die Axt. Hallhammer, Hallhammer. Gib mir ein Target, gib mir ein Target. Heiltränke. Die Axt, die Axt. Ist zwar Not, Heiltränke. Ich bin halt auf Energy, fast ein bisschen auf. Ja, ja, komm, wir müssen finishen jetzt. Wir müssen jetzt langsam mal finishen. Geht mal rein, geht mal rein, geht mal rein. Guck mal hier, die Axt. Die Axt ist immer noch slow. Die Axt ist immer noch low. Keziah, Reck, Keziah, Reck, Keziah, Reck. Tapp mal einer. Oben Interrupten, Tabos, Oben Interrupten. Ja, ihr müsst fokussen, ihr müsst fokussen. Lass ihn ruhig erstmal ein bisschen tappen. Erstmal ein bisschen tappen lassen. Drei oben. Fünf oben. Fünf wissen nicht, wo sie hin sollen. Fünf oben, wir gehen hoch, wir gehen hoch. So, Fire Mage, jetzt Instant Kill Fire Mage. Ich perche. Und go. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und weiter geht's, und weiter geht's. Und den Pullhammer, und den Pullhammer. Switch Pullhammer. Lieber die Axt. Lieber die Axt. Axt, ja. Okay. Gehoutet. A.J. bis draußen. War drauf. Und die Axt, und die Axt. Und die Axt. Fett, so klein ich bin Axt. Okay. Und weiter, und weiter, und nicht mehr die Axt. Instant Kill Healer. Healer, 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 Healer. Go, 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 go. Kein Mana dafür, den Spaß. Okay, back, 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 back. Geht auf die Light Targets. Der hatte seine ganzen Feuerstäbe dabei, der Typ. Los. Wirklich? Ich hab grad drei Stück gelootet. Nice. Okay. Naked Guy wieder Top, Naked Guy wieder Top. Gleiche Situation wie gerade eben. Einer bitte um Top kümmern. Wir machen hier zu vier. Das ist Bottom. Und Bottom. Tavos kommt runter, Tavos kommt runter. Und los geht's. Und gib mir ein Target. Und den Stoff Target, wie gesagt. So, den Healer. Okay, kriegt ein Purge, hat ein Purge. Ist drauf. Und weg. Axt muss ja ein Savage. Und wieder den Healer. Und switch auf den Heal. Switch auf den Heal. Und switch auf den Heal. Der hat keine Death Cooldones mehr. Keine Death Cooldones mehr. Und switch auf Light Target. Und switch auf Light Target. Auf die Axt, auf die Axt, auf die Axt. Ist gepurcht, ist gepurcht, ist gepurcht. Cleanse, 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 cleanse. Cool down, cool down. Cool. Cool. Und drauf, und drauf. Und gib mir ein Target. Und die Axt. Und die Axt, die Axt, die Axt. Und die Axt, und die Axt. Und die Axt. Okay, und back, 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 back. Und Top wurde getappt. Und Mana Rack. Ich geht mit dem Top. Ich geht mit dem Top. Also bin ichig. Jetzt bin ich bring. Oh, ich wollte es. Auch mal wie hier. Ich bin. Ich bin. Es geht mit dem k Arc. Und gib mir n' Tage zum Cleansen. Das Problem ist die beiden Stoffys, die... Komm, wir lassen Top. Aufgeschissen. Killt einmal den Typ, na. Lass einfach Top. Wir killen hier unten zu fünft. Die gehen jetzt unten tappen. Ja. Interrupten mit Beam. Jetzt tappen sie. Interrupted. Oh, Hör mal. Nö, Tyler. Ja, bin gleich da, bin gleich da. Kriegt n' Purge, kriegt n' Purge. Gib mir n' Target. Die rennen halt sofort. Ich glaube, dein nebter Tappen jetzt gleich mit, oder? Bottom wird getappt. Ich re-tappe Bottom. Ich re-tappe Bottom. Oh, die Axt. Carsten, komm zu mir, wenn's eng wird. Ach, da droht. Ja, äh. Komm nicht ran. Pull down. Alter, die kämpfen nur immer in ihrem Scheiß. Ja, 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 wir müssen einfach gemeinsam da rein. Wir müssen einfach gemeinsam da rein. Der kommt jetzt wie gleich wieder Center tappen. Der geht oben. Oben haben sie schon. Ist egal. 40 Sekunden, 45 Sekunden. Ah, sie, wurscht. Ist vorbei. Jetzt hab' ich Punkt 3 auf eurer Stabil-Pionics. Hat wahrscheinlich auch nen schönen Kill, oder? Hat Fabian ging. Ja, also nur zwei, einer ist getrashed. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch was aufgehoben hat. Oh, da ist ein Kill. Ach so, Gier. Hat Gier dabei? Ja, bei mir war davon auch angezogen. Ah, okay. Okay.